Hallo, ich bin Katharina Hennighausen. Ich bin leitende Oberärztin am Asclepius-Klinikum Schwalmstadt in der Geriatrie. Ich bin selbst Fachärztin für Innere Medizin und Geriatrie. Wir bieten eine stationäre und teilstationäre Behandlung an. Zum Beispiel, nachdem ein Patient gestürzt ist, können wir dem Patienten anbieten, dass er zu uns kommt, um ihm wieder die Möglichkeit zu geben, zu Hause klar zu kommen. Falls Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Vielen Dank.